Hey, schau, guck, dass ich da bin, ne? Ja? Und jetzt? Jetzt gehst du lieber. Hey! Amigo! Amiga! Da ist es echt nicht so extrem beschwarnet, ohne ganz, aber die Alpen sind total schön. Ja, das ist bloß das Fressen jetzt, also wie ein Koltatschnitt. Passt du auch da draußen noch. Passt du auch. Ja, ja. Also das ist die Zwickmaus. Die kannst du nicht fauchen. Ja, ja, tut's aber nicht. Warum denn? Ich tu ja nichts. Ich geb ihr ja was. Warum soll sie fauchen? Also normalerweise... Was anders macht sie? Ja, aber hier ist ja. Zu laut bin ich nicht so, ne? Ja, ja. Frech. Ja, wie finde ich, zahlt nur Hunger, Hunger, Hunger. Boah, gerade im Winter, also das ist ein Problem. Bei 15 Grad Linus und so, äh, schon extrem. Ich kann nicht aber den Winter nicht machen, ne? Wenn ich's auch rechnen muss, muss ich irgendjemand verbringen und das will kein. Aber die wollen die Schwäne hier nicht machen. Wieso das denn nicht? Ja, sowieso, weil das immer schmutz wird. Und da sollen keine Wasserfügel drauf sein. Deswegen sollen die nicht gefüttert werden noch. Ich hab da riesen Stress gemacht. Bis einige von diesen Leitbüros, das die geblickt haben, oder Staulacher und, äh, ja.